ich war auch niemand 0 Anup mir ist ein Schleim genau drauf gesprungen, ich bin abgeprallt und auf einen Stein geknallt Mark didn't Bounty Bounty, oh, Bounty abgeprallt und auf einen Stein geknallt, du bist voll der Reimer, hab ich gehört jo damit du uns mehr nicht auf den Keks gehst oh ja jetzt, jetzt kommt er lol, mir ist gerade eine Mimik in der Hergesprung die hat mir nur, ich weiß nicht schon wieviel Zentimeter verfehlt, hier hol ich mir dann töte sie links oder rechts ich glaub hier lang mal rechts warum hast du hier? äh, eigentlich nix nur halt drumrum weiiii Sorkerbund gemacht, ohne einen Jan Duel Hook fallen lassen wow Duel Hook brauchen wir so dringend, wir haben auch nicht noch eine in der Kiste, weil wir eh schon zu viel haben können wir an einen Spieler verschenken, die neu sind, obwohl ich nicht weiß, welcher neu kommen ja klar, von wo treffen die denn? ja klar, von wo treffen die denn? danke was? Connection Problems? Nicht dein Ernst Markus, aus dem Gespräch und aus dem Spiel fuck kurze Aufnahmepause, wieder reinholen ähm, ja sofort, nachdem ich, so, okay äh, dann bleib ich mal kurz hier stehen und wir sehen uns gleich wieder, tschüss da ist er schon wieder oh mein Gott, oh mein Gott, ich sterbe nimm doch auf mach ich doch okay lol ich sag nicht an, wenn ich aufnehme jaaa, gib ihm! ich hab gedacht, so da sind wir wieder, oder irgendwie sowas, von daher heulen wir nicht so rum oh man, ich rufe nochmal äh, ja, wir müssen hier Gegner töten, dann kriegen wir hier so Dinge ins Ziel und so oh jaaa, geil-o-matig 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 äh wir brauchen Seelen, ich brauche Seelen Zäuber hat keine Seele echt, ich dachte immer, Rothaarige haben keine Seele, ohne dich jetzt persönlich angreifen zu wollen nein, da kommt mir so ein Bogenfutzen also wer auch immer Nein geerkennt, der versteht das jetzt ich bin tot von einem Bogen wenn mich kennt, sollt ihr das auch verstehen wer's? wenn mich kennt, sollt ihr das auch verstehen oh bist du echt so schlimm? ja so schlimm wie alle sagen ja so schlimm wie alle sagen was kann man denn mit Fire Blossom machen? komm mal her, Guide ich hab welche coolen Tränke, ich glaub, Iron Skin, äh, Obsidian Skin und so ja, äh, hier so Gravitation Geist, Geist, ich meine Geist, ich bin oben Feder, haben wir Federn? oder brauchst du die gerade? äh, ich hab, ich brauche Zehn, danach haben wir noch Drei ok, dann können wir das Gravitationsdenke machen ich will noch mal runter zu dieser Shadow-Kiste, mal gucken ob wir hier irgendeinen Schattenschlüssel haben ich hab einen einstecken jetzt, ja ach so, ja, komm ich wieder juhuuu mag es nicht geben oh, hier sind noch zwei Mitryl ne, was ist ein Steiner mal komm mal, gäbe es Team ach nein pfff oh, mir fehlen nur noch zwei Seelen fett ah danach geh ich wieder an eine Teat Farm und diese scheiße Shadow-Kiste öffnen ja, ja wenn du mir sagst, wo die ist, helf ich dir sogar äh, ja, das müsste ich erstmal wissen, dazu müsste ich wieder einen Spelunkertrank trinken Gott sei Dank kann mich die zwei einstecken von denen du einen verschwärmst, indem du gleich wieder auf den Boden klatschst oh, wo nein, nein respawn denkst du, es bringt irgendwas hier auszuleuchten, oder spawnen die immer so bei eben egal die spawnen so oder so, aber es ist besser für dich, weil du dann eher weißt, wo du hinrennen kannst ja, okay Alter, dieses Chaos Elemental ist so ein kranker Scheiß und wer ist hier gestorben? Alex vom Chaos Elemental getötet worden uuuhuhu uuuhuhu Mann bin ich gut lass mich immer noch Fliesen töten uuuhuhu 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 Mann ey, mir fehlen hier noch Seelen gib doch mal eine mir fehlen noch zwei komm her, komm her, komm her gib ihm warum triffst du nicht? Halt die Fresse soll auch nein da war eine, da war eine, da war eine, ich brauche eine, ich brauche eine, ich brauche eine ich hab zwei, ich hab zwei gib her, gib her, gib her äh, mich alleine lassen äh, was, wieso, wieso, woher, woher, was, was soll das? Mark das ist Wahnsinns ja, komm mal her ja ja du bist tot okay, krieg ich uuuhuhu ich habe Flügel oh oh oh, no more no more no more ähm, braucht irgendjemand einen Balloon in ne ne, Fleeting Cloud in ne Balloon also ihr könnt höher springen und habt Doppelsprung oh oh mein Gott, die machen so viel Schaden, diese Viecher, ne da oben ist all of light ha, kein Problem, hol ich wofür braucht man die flight? ach so, ja, ich hab Flügel, ja komm, hier wie, wie hast du die Flügel gemacht, mit was eigentlich? mit Federn? äh, Federn, 30 light und 25 flight, glaub ich, oder so ach so auf jeden Fall, viele, viele Seelen und wenig Sinn und so weiter ich find's so verwirrend, dass die alle fast gleich heißen äh, also wenn ihr noch einen Drachen tötet und noch 30 soul of light und 10 Federn sammelt 7 Federn sammelt, äh, könnten wir nochmal für einen Federn machen oder halt die soul of night, dementsprechend, wenn ihr die lieber wollt Drache! ich bring ihn mit runter ja, wir haben nur 3 soul of night, ist ja richtig wenig Hilfe bin gleich tot lass mich rein Nein Nein Alter, das ist viel zu schnell wie soll ich denn gegen den kämpfen, wenn der viel zu schnell ist? gibst du mir die gerade? 9 soul of fliegen ok, wir hatten genug für ne neue Flügel wat? können wir? ne jaja, wir brauchen noch soul of light oder night oder halt noch, äh, 7 Federn voraus geht's, wir haben nicht noch in den Kisten Federn kann ich filmen da oben sind ja noch diese Vieh, tja oder wir haben ihn vielleicht auch noch in irgendeiner Kiste ein paar, das weiß ich gar nicht ich habe null Federn aber ich hab doch hier gerade irgendwo ein Vieh gesehen wir sind das jetzt rumgeflogen also, äh, was wollt ihr denn? wollt ihr die, die, die Engels oder die Dämonenflügel? cooler sieht's halt aus, äh, Dämonenflügel, aber ich wär eigentlich für die Engelsflügel, weil die einfach zu machen sind weil es ist all of light und so wo, wo kippts denn die night überhaupt, ich weiß das gar nicht in, in der Corruption ernsthaft? ja, so ernsthaft wie Gottes Segen ich flieg dann der Herz auch mal hoch ok, ne Feder hab ich eine, das bringt dir aber nicht sehr viel lol, noch einer, noch einer, noch ein Drache, noch ein Drache, noch ein Drache, alter, alter, Leute, Leute, komm mal hier ach, halt die Fresse hier warte mal, warte, warte, warte jaaaa, Rage ich mach gar keinen Schaden fast voll lame, wie viel Schaden ich mach wie viel hat der noch, 1400 ich bin fast down ich hab noch 30 Sekunden bis wieder was ich hab keinen Mana töte ihn, halt ihn ab, noch 30 Sekunden ich spring einfach im richtigen Moment nach oben ich fliege einfach auch wir leben, 900, irgendwann Aua, Schmerzen ja, toll na, puh lol, alter, was für'n Bogen, der gerade geflogen ist komm, schnell, lenk ihn noch ab, eine Sekunde äh, nein, 3 Sekunden noch Moment, Laser, Riffle jetzt gut, hab Burn Gel ins Gesicht wo ist denn das Haus? lol Juuu ach so, nur Flügel ach hier ist Gold, cool ganz schön lässig, ne? wo ist hier der Wizard, ah hier und mein Freund I'm singing in the air I'm singing in the air wie kostet die 8 10 Gold, ja, ja wer? ne Kristallkugel warum? äh, erhöht magischen Schaden und sowas du musst du mal in my Truhe Glocke in my, hier, die ganze hier so in my Truhe Glocke ach ich hab gar nix, kannst du mir 6 Gold geben? please? 6 Gold, ob ich soviel noch in meiner, äh, in meinem Power Money drinnen habe, ist natürlich die Frage und wenn man den, die Soul of the Night oh, sieh, sieh, oh, oh Soul of the Night, ähm, Alex meinte in der Corruption ja, wo waren die Corruption, genau bei irgendeinem Gegner, oder wie? da, wo die Klinger sind, oder sowas dass die sind in der Hölle ok egal, ich komm zu dir, Mark du musst nicht alleine kämpfen lol lol lol, Mama ich bin gerade voll an so nem Stein hängen geblieben warte mal, ich platziere jetzt mal diese, diese ja, die, die halt geht nicht hier vielleicht hier vielleicht hier auch nicht hier vielleicht warte jetzt hier ne fliegende Insel, das will ich jetzt ausprobieren yeah magic powers ja, so hoch komm ich nicht, oder was? 10 Minuten nice dann testen wir mal auf, wieviel Schaden jetzt ich mache droppen die irgendwas? ich glaub das sind nur die, die, die neuen Gegner die was droppen, oder? auch die alten aber das ist noch nicht so die wirkliche Corruption, lass mal ein Stückchen weiter reingehen mhm mhm also weil ich ne Seele kriege, sag ich Bescheid vielleicht gibt's die auch nur nachts möglich ich muss zugeben, da hab ich keine Ahnung von aber ich bin mir sicher, dass die ist, dass es die halt in der Corruption gibt, aber nachts mag sein, weiß ich nicht also in der Corruption bin ich mir hundertprozentig sicher ich glaub dir auch, wenn du das sagst, aber ich weiß es halt nicht, keine Ahnung also bei mir droppt bisher nie irgendwas ach doch, wieviel Schaden mache ich und ja komm ach so, nur 33 und 40 und 70 und 68 ok und die Laser Riffle Laser Riffle, komm mal her also keine Ahnung, ich kriege keine Seelen ok 37 und hier die Cursed Flames ach so, 50, ok Mimik komme wo ist denn jetzt wieder da unten hingekommen kein Licht und so supi und? ja was was gab's? ich flieg mal kurz die Map ab, um zu gucken, wo der Meteorit vorhin gelandet ist kann ich ja jetzt ganz schnell machen dauert gar nicht lange hast ja Engelsflügel einfach so mal auf den Rücken geklebt was auch geht das ist voll logisch ja, klar also mein Mikrofon ist wieder abgekackt nö, man hört dich auf jeden Fall ist äh gibt's noch Starcloak und sonst nichts spezielles ok sehr gar nix so jetzt Aua! ja ja, hier hier gibt's was also von der Ebner hier so in Ordnung halt noch tiefer und so das ist ja es ist nicht so geht nicht nicht nichts links auch nichts ja Aua! Aua! achja genau, trink einfach Mana-Trank obwohl Mana-Verlöse Irgendeiner Rage hier gerade in der Nähe Also ich sehe hier nirgendwo Soul of Night Wie viel kann sein, dass die wirklich nur nachts gegeben werden? Keine Ahnung Zumindest habe ich eine bekommen, als ich unten in der Hölle war Ich gehe mal kurz zum Terraria-Wiki gucken Tu das Also ich glaube in der Corruption und in der Hölle Teilweise Hast du eben getrunken? Es hörte sich so an, als wenn mein Spieler irgendwie so absäuft Ich hab was getrunken Naja, ich dachte schon Soul of Night Ja, da bekommt man die, wo droppen die Undropping 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 Also irgendwo hier müsste doch eigentlich ein Meteorit sein, aber hier ist keiner Dann links Dann links Undropping